Blinkt es blau? Ja, blinkt. Wenn es blinkt, dann nimmt es auch. Und wie lange soll ich das jetzt laufen lassen? Ab der mir, oder? Du musst nur schauen, was du rein filmst. Die Kamera ist eher so unten. Wenn du jetzt ultra lang bevor du filmst, würde man eher am Boden nehmen. Dann ist der Kopf, weil die Hache überholt. Mit meiner Brille schaust du gar nicht schlecht aus. Ist das jetzt auf dem Video drauf? Nimmt der auf, auch der Schwein? Der Teufel muss ich auch passen, was ich heute sagen will. Wenn ich hinten nachfah, dann fluch ich alleweil. Du trottelst da vorne vorne. Und wenn das jetzt alles auf der Kamera drauf ist, dann ist das nicht gut. Wo fangen wir hin? Asiago oder wohin? Kroatien. Oder fällt früher, oder wohin? Nein. Präse. 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 Präse war tief. Komm hin jetzt. Der ist schon fokussiert. Der ist schon die erste Sprintwärterung im Auge. Komm hin jetzt. Klaus, bist du munter? Hä? Noch nicht ganz, ne? Woher ich runterfahre? Ein Lied jetzt in die Kamera reingeschaltet, weißt du? Hast du das schon erlaubt? Nein, eigentlich nicht. Das fängt sowieso dazu. Was heißt das? Muss man noch zutun? Ja. Oh. Hopp. Noch Forza. Noch Forza. Noch Forza. Noch Forza. Noch Forza. Forza. Schau aus wie ein Indianer hinten das Ding rauszuhängen. Und eine Betonmischmaschine. Machina di Beton. So. Da ist er. Dommi. Da ist Dommi. Wir filmen die gerade. Eil. Präse. Bist schon konzentriert auf die Sprintwärterung, gell? Stimmt's? Das ist das Ganze. Ich sag's gleich, ich weiß nicht. Du weißt nicht? Okay. Jetzt macht er mit seiner Muskulatur. Alle Teile seines Körpers kann der so flattern lassen. Echt? Das ist ein Künstler. Das ist quasi ein Tiffeklatscher. Ein Tiffeklatscher. Unser Nachpräsident. Ja. Den wählen wir jetzt nicht ab. Heute wird er sich bewähren, der Freund. Er hat einen ganz feinen Vorbild. In Wahrheit wäre er froh, wenn er es nicht mehr machen muss. Es ist angenehm zu wissen, dass ein paar Bewerber sein, gell? Ja. Ja, genau. Jetzt strecken wir alle mal die Bombe raus. Ja, wenn wir uns einen einheitiger Brunter belastet hätten. Leicht eine Weile hatten, gell? Ja, eine Weile hatten, ja. Lisse. Lisse hat auch ihr. Das Zelle stimmt, gell? Ja. Ach so. Er hat mal wegen katholischen Präsidenten. Ja, und nichts unter der Sitzung von Kropeten, oder? Zahlt man weniger Kirchenbeitrag? Genau. Da wäre ein Mitgliedsatzbeitrag. Da wäre ein Mitgliedsatzbeitrag. Ja, okay. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020